Wohl euch! Ihr seid zu beneidend! Warum sind diese Gebeine nicht mürb? Warum diese Haare nicht grau? Wehe über die Kräfte der Jugend! Willkommen, du magloses Alter! Tod! Schreien sie! Tod! Oh, ihr Mächte des Himmels! Entlastet mich dieser tödlichen Volllust! Alle diese schönen glänzenden Tugenden, die im Vatersöhnchen keimten, werden ihn der eins zu einem Helden machen! Sie ist also ein finster Feld, eine Labyrinthe. Kein Ausgang, kein leidendes Gestirten. Wer mit diesem letzten O denn auch aus wie ein Charles-Marie? Ein Juni bei dem Spiel! ****